Königliche Fuchs, ja. Oh, als nächstes machen wir das. Trifft ich mit Siegfried? Nein, ich will mich nicht mit Siegfried treffen. Ich will erst mal das andere machen. Ist da. Ah, ah, Bada. Ich weiß ja, dass ich in Frankreich bin, aber... Scheiße, noch eins. Könnte man Deutsch reden? Ich habe immer so das Gefühl, wenn die hier ausrasten und mich beschimpfen, dass sie in Wirklichkeit beschlafen wollen. Da hat meine Frau was dagegen. Definitiv. Findest du das lustig? Und... 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 Und zack. Tadaa. Kann ich mich verfolgen? Welche? Welche? Oh. 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 Ach ja. Mensch. Gib Hufe. Und so hast du vier Stück davon. Bin ich zu Fuß schneller? Alter. Geschwindigkeitsrausch. Der ist sowas von voll gefressen von den Kieksen, ey. Verstehe. Ach, das ist sowas von voll. Oh. Und das wird ja so gut. Oh. 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 Es ist so bescheuert, dass ich das nicht so kaputt machen kann. Du Dame. Wollte jetzt kein Pfeil verschwenden. Scheiße, was ist mit mir, ne? Ich hab nicht zu wenig. Der Popelt in der Tür. Ist normal. Der Gegensatz von verschlossen ist offen. Und das kleine Ding, das triffst du wieder nicht, ne? Geht weg, ihr Rotten. Ne, 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 ne. Echt jetzt? Nur wegen dem Schlüssel, da? Oh, noch ein Buch. Ghoul-Atem. Macht denn der gute Ghoul-Atem. Tauche ein Fall in tödliches Gift, welches sie die getroffenen Schreckliche erkranken lässt. Augenzeugen der Krankheit weichen, verängstigt zurück. Ich habe gedacht, ich kann ihn dann zum Zombie machen oder so. Oder wirklich zu einem Ghoul, weißt du, der dann seine Artgenossen angreift und frisst. Nö. Nö, nö, nö. So was machen wir ja nicht. Nö. Warum denn auch? Grüße dich Ballonhand und vielen Dank für deinen Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Wie geht es dir? Und man sieht, das Internet läuft bei dir. Also wieder flüssig, ja? So. Da habe ich Blau wieder komplett fertig. Das ist geil. Was habe ich das? Da habe ich... Automatisches Splendern wäre nochmal toll für mich. Naja, so halbwegs... Oh, da tönt sich nicht gut an. Also doch nicht immer. So, ein Mist. Ah, der cool Atmen, der gefällt mir gar nicht. Überhaupt nicht. So. Bip, 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 bip. So. Dann haben wir den hier oben. Den anderen haben wir ja schon gemacht. Da borten wir da rüber. Ja, das stimmt. Da habe ich wenigstens die freie Wahl. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Hoi, hoi, hoi. Ach, hier schon wieder. Zack. Okay, da werde ich Jim Beam erst gar nicht rufen, weil... ich bin zu Fuß schneller. Das ist so wie Biest und ich. Solange er steht, bin ich schneller als er. Woop. Dieser Ort wird gut bewacht. Echt? Oh, ich habe was zu Metzeln. Der Ort kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh, Gott. Tut mir leid, habe ich jemanden erwischt? Weiche Landung. Alles klärchen, Ballonhead. Schön, dass du da warst. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Wieso willst du dir die Pfeile nicht aufheben? Hande ohne Pfeile. Schlimm. Guck mal, ich stand vor der Tür. Ja, und ich bin aber von hinten rum rein. Deswegen bin ich da nicht rausgekommen, weil ich die Tür nicht aufmachen konnte. Naja, Gummizellen kannst du auch nicht von innen öffnen. Ach, hier sind schon wieder die Bühne draten. Guck mal, wir gucken. Kusch, kusch. Ah, danke. Jetzt krieg ich die Info, was ich gekriegt hab. Autsch. Ich hab gedacht, ich hab euch gerade hier schon verscheucht. Mann. Moment, du. Da liegt noch was. Ich hab alle drei Schüsse. Ach, also. Du, 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 du. Ups. wo wird richtig weise rattenplage davon hat die aus kuchen schon erzählt dass die ratten auf jemanden jagen kann weiter das gemein und die wald wie aus das Das muss ich mal austesten. Er meldet sich freiwillig als Versuchskanitchen. Hey, da sind schon Versuchskanitchen. Oh, wie geil. Autsch, ey, ihr Arschgeigen. Ich will da zugucken. Okay. Dich haben sie zuerst angegriffen. Ja. Du bist denn gekommen? Aber den Kameraden, weißt du? Hier. Wuppa. So, das ist voll gemein, ey. Brattenkuscheln, ich... Oh, Kila-Hörnchen. Ein Killer-Hörnchen, weniger auf Erden. Okay, dann poppen wir mal da hin und gucken mal, was wie schön es da bekommt. Bezeichnet mich gerade meine Frau als Mörder. Ja, wie nicht. Mein Eiskalte. So, haben wir hier irgendwie was da nicht, hier nicht. Aber in die Richtung müssen wir. Wupps. Ich kann sogar Nerven töten. Ach, ey, boah. Nicht frischen. Hm. Hm. Futter. Hm. Aha. Ja. Strecke deine Flügel, Söhnen. Ja, strecke sie kurz. Da gibt's noch was zum Mampfen. Äh. Mal gucken, was wir hier bekommen. Eih, durchs Mampfen. Was war das für ein Geräusch? Für die sich... Für die sich an so, äh, Falle ausgelöst. Aha. Nimm ich blutig hier. Und ich war noch nicht mal hier. Oh, dann schließen wir mal auf. Was die Verborgenen wohl dort verschlossen hielten. Minutaurus. Ratten. Viele Ratten. Ja. Hm. Ja. 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 Oh, Schlangen. Oh, du lebst noch? Voll den Hammer ins Gesicht. Voll den Hammer ins Gesicht. Mann, die Schlangen hat aber mehr aushalten können. Ich hab dir doch voll ins Gesicht geschossen. Wenn hier so viele Schlangen sind, ne? Warum gibt's hier denn immer noch Rücken? Da ist ja noch eine. Da ist ja noch eine. Ja. Ich will's hier kuschelig warm haben. Du sollst dich da nicht drauf frocken und kacken. Oh, scheiße. Das wird teuer. Ja, natürlich, wenn du das so machst. Idiot. So, dann lass mal gucken. Warte, hab ich schon da bekommen. Warte, hab ich schon da bekommen. Das sieht irgendwie so regenbogenhaft aus. Hm. Ich bleib mal bei dem. Belasse ich die Bruderschaft. Okay, ich trete aus. Wo soll ich mein Königungs-schreiben hinpacken? Ach du scheiße, weil ich da die Fackel hingeworfen habe. Oh. 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 Guckt schon krass aus. Sonst gibt's hier nichts, ne? Ja. Hm. Nö. Es sind wohl verborgen im Frankenland verblieben. Wenn sie es nicht wollen, werde ich sie nicht finden. Aber ihr Geschenk nehme ich gern an. Ah. Guck mal, das ist auch noch nebenbei gemacht. Oh, nicht schlecht. Guck guck. Guck guck. Wieder da. Oh nein, nicht er schon wieder. So. Äh. Äh. Ne. Orden nicht. Dann hab ich hier den normalen Orden. Äh. Äh. Er wollen Pierce helfen einer Gruppe Rebellen im Kampf gegen Fränkische. Ach so. Das ist das Ding. Gut. Wir treffen uns jetzt mal mit ihm. Aber vorher gebe ich noch Punkte auf. Wo war das Auto? Ja. Automatisches Plündern. Ach. Ach so. Das hab ich schon. Ach scheiße. In einer Richtung wärs einfacher. Egal wie rum. Es sind vier. Mist. Automatisches Plündern. Ein Traum wird wahr. Man looted automatisch. Lange bleib weg. Das lebst du nicht lange.